Willkommen zu einer bei den Wetterrennenrundi, komm an Kaka, Allstofo 3 mit Fußball und Schmacher. Hallo. Moin. Na, hast du ja das Spiel gerade noch so rausgefunden? Ja, ne? Ich kratte Blackout, ey. Eieieiei. So, was spielen wir denn? Yokohama, belagernde Barbaren. So, und wir machen wieder Anti-Echo und muten uns das gleich. Ich brauche die Berichte von gestern. Dein Androiden-Spion hat sich als sehr nützlich erwiesen, mein Sohn. Danke, Vater. Ist das der sowjetische Wissenschaftler, der da mit den Alliierten spricht? Sir, ich habe eine Zeitmaschine entwickelt. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Wir haben das überprüft, Mr. President. Er sagt die Wahrheit. Na ja, die Sowjetunion war am Rande der Niederlage und wir, wir reichsten in der Zeit zurück und änderten alles. Was soll das heißen? Nun, wir haben das Raum-Zeit-Kontinuum verletzt und damit die Zukunft geändert. Sehen Sie, das Reich der aufgehänden Sonne hätte nie existiert. Nein, wenn wir nicht mit der Zeit gespielt hätten. Mr. President, geht es Ihnen gut? Sagte er, das Reich der aufgehänden Sonne hätte niemals existiert? Mr. President, Mr. President! Das Reich hätte niemals existiert? Nein! Wenn das Schicksal geändert werden kann, einfach so, wenn die Zukunft verformbar ist, dann gibt es keine göttliche Vorsehung. Das alles bedeutet nichts! Mr. President, bitte sagen Sie uns, was wir tun sollen! Oh mein Gott, was passiert da? Unser Spion ist nicht mehr. General, Eure Hoheit! Wir fangen gerade eine Reihe von Übertragungen ab zwischen den Alliierten und den Sowjets. Sie sind dabei, eine Streitmacht zusammenzustellen, um uns anzugreifen. Sowjets und Alliierte zusammen? Wir hätten die Sowjets neutralisieren sollen. Genau wie jeden einzelnen alliierten Soldaten. Ich... Ich verstehe nicht. Ich hätte auf dich hören sollen, mein Sohn. Meine Zeit ist vorbei. Dazu... Ich gebe dir die volle Kontrolle über das Shogunat. Bitte. Du musst unser Reich retten, mein Sohn. Ja, Vater. Die Lage ist sehr, sehr ernst, Commander. Alliierte und sowjetische Truppen haben weite Teile des Hafens von Yokohama besetzt. Sie müssen den Hafen zurückerobern und den Feind vertreiben. Um ihnen zu helfen, bewilligen wir die Nutzung unserer Psy-Kommando Yuriko. Enttäuschen Sie uns bitte nicht, Commander. Die Alliierten haben sich überraschend mit den Sowjets verbündet, um uns zu überwältigen. Sie greifen bereits an. Ihre Befehle sind eigentlich ganz einfach. Erobern Sie unsere belagerten militärischen Vorposten zurück. Die Alliierten-Relais-Stationen müssen zerstört werden. Die Alliierten stören mit diesen Stationen unsere weltweite Kommunikation. Jawohl. Wer spricht da? Das werden wir machen. Boss. Boss. Gott? Das ist Gott. Mein Sohn, erhebe dich und begebe dich in die Schlacht. Das fühl ich mir im Bier. Was? Was? Wie? Ich habe Bier verstanden. Warte, ich mache zurück. Pause, Pause, Pause. Wo gibt es Bier? Lalalalalalalalalala. Ach du Gott. Was ist das denn? Klar, drei Schüssen. Ey, unser Bauhof. Oh. Hentai-Mädchen. Ich hoffe, du hast die hässliche Braune da. Ich bin wie immer Werder Bremen. Commander, die Alliierten kontrollieren den Hasen und die Belagerung steht kurz bevor. Wir haben nicht viel Zeit, bis unsere Infrastruktur hier verloren ist. Beeilen Sie sich. Wo sind die alle? Die gibt in alle Richtungen eine unberechenbare Psy-Energie ab, die für Körper und Geist gleichermaßen tödlich ist. Mein Geist ist wach. Aha. Die meisten Alliierten haben Yuriko Omega nichts entgegenzusetzen. Aber selbst sie kann über die Schüttel und unser Verwündeter wird angegelt. Keinliche Einheiten entdeckt. So, das Krankenhaus ist unseres und irgendwas unten da noch, keine Ahnung. Na hier und so ein... Ja, der Bus. Die Werkstatt. Achso, das ist ja auch schon. Das ist eine Werkstatt. Ist das von Bedeutung. Was haben wir für eine Kronosphäre und Nanoschwarm? Was haben wir? Kronosphäre. Kronosphäre haben die Alliierten. Oh. 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 Wo sind denn alle? Aber wir haben ja das Krankenhaus, dass es ja nicht so weit wird. Jo. Ich stehe über Ihnen. Ja, weil wir Mädels waren die noch unter Luft. Ich bin nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Verrückte. Warte. Oder komm, welche? Ja, ja, das will ich erst mal warten, ob unser Ding ist wieder los. Nur weg von hier. Wo sind denn alle? Vielleicht die Vieligkeit benutzen? Hat nicht so viel gebraucht. Ich habe euch gewarnt. Jetzt bin ich dran. Aber hier unten kommen wir nicht weiter, ne? Wir müssen hier oben. Achso, hier unter die Brücke. Komm, Leute. Ich habe mich entschieden. Ja, du bist ja auch über ein Stück weg. Nur weg von hier. Ist schon Pause? Na gut. Na gut. Ein bisschen größere. Oh, die sind ja auch tot. Das sind unsere Verstärkungseilheiten. Ja, ich war noch mit meinen beschäftigt, die waren noch nicht tot. Die haben wir noch mal sehen, was sie zu sagen haben. Ich bin nicht verrückt. Uh, Transformer. Ist das von Bedeutung? Ja. Ist schon Pause? Achso, sie kann relativ schnell mehrere Attacken. Ja, aber die sind da noch nicht tot. Ist da kaputt? Achso. Das hatte ich nämlich eben auch. Schade, dass die Robo-Kopfseil nicht groß weiter drauf schießen. Wir haben jetzt hier noch mehr Einheiten. Sie wissen nicht, wie das ist. Shinobi erwartet Befehle. Auf für den Krieg. Ich gehe mal links zu dem. Ist das von Bedeutung? Ist schon Pause? Ob sie mit mir spielen wollen? Mal sehen, was sie zu sein haben. Hat Einheit verloren, nicht Einheit. Ich glaube, ich habe erst eine Fußsoldat verloren. Aber die halten eigentlich so viel aus. Oder sind das teilweise Kamikaze? I don't know. Wir haben eine unserer vorgeschobenen Basen zurückerobert. Neues Bonus-Ziel erhalten. Haben wir? Ne, ich habe hier die oben. Hat welches Bonus-Ziel. Ich muss allein sein. Wo bist du denn? Hier unten noch. Wo ist denn unten? Ja, da wo du bist. Ich bin gerade. Ich bin bei der Masse hier. Ja. Nun seht mich an. Sie werden leiden. Ich habe mich entschieden. Wo sind denn alle? Ist das von Bedeutung? Ist schon Pause? Ich bin in meinem Zimmer. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ja, sofort. Was ist jetzt unser Bonus-Ziel? Unser Verbündeter wird angegriffen. Weiß ich nicht. Ich könnte jetzt bauen sogar. Dann bau doch. Na, warte. Schiffe. Wo habe ich denn hier einen Hafen? Da oben schießt noch einer. Wo habe ich jetzt hier ein Werk? Da oben ist ein Hafen. Hier kann ich Fahrzeuge bauen. Mein Geist ist wach. Ich bin nicht verrückt. Ich habe euch gewarnt. Darauf habe ich gewartet. Das reicht. Ich habe euch gewarnt. So. Das reicht. Peter, nein, komm. Ich habe auch nicht gebraucht. Das ist eine vorgeschobene Basis. Wo sind denn alle? Fordert mich nicht aus. Nein, das ist nicht so weit, Herr Obert. Wir haben alle vorgeschobenen Basen im Hafen. Jetzt gehört dir das. Das ist ja eklig. Ekelig. Was ist ekelig? Das ist aber eine Kaserne oder einen Bauhof haben wir nicht, ne? Kaserne habe ich. Du hast eine Kaserne? Und nur Fahrzeuge und einen Hafen. Nein, ich habe auch. Die Verstärkung ist unterwegs, Commander. Sie müssen die Stützpunkte halten, so lange, bis sie eintrifft. Wie? Fünf Minuten. Unser Verbündeter wird angegriffen. Du bist schon angegriffen? Ich werde angegriffen, ja. Lol. Wieso zu wenig Energie? Und du hast das Helium doch an alle bezahlt. Hä? Die bombardieren schon wieder? Das gibt es doch nicht. Auch da ist schon wieder ein Flugzeugträger. Oh. Das nervt doch schon wieder. Wieso schießt denn mein Turm nicht? Ernsthaft? Ernsthaft? Eine Einheit wird angegriffen. Bist du schon wieder kaputt, oder? Die machen wir in den ganzen Türme kaputt. Unser Stadtspunkt wird angegriffen. Du hast es, Türme? Dieser Kampf wird nicht untersetzter sein. An die Geschöße. Ins Meer. Sieg ist unsere Bestimmung. Wird gebaut. Hä? Rekarieren. Kannst du denn was bauen, Groß? Ne, nur... Außer Einheiten? Nein. Also ich hab nur... ...n Hafen und die normale... ...dass der Stadtspunkt wird angegriffen. Also wir machen mich hier ziemlich platt. Oh. Da ist Luft. Gegen Luft hab ich nix. Ja, ich mach mir dann auch nix. Ach doch, der Turm muss er gehen. Eine Einheit verloren. Eine Einheit verloren. Eine Einheit verloren. Das Kaisers Schlagschiff. Ich hab schon alles gesehen. Zu wenig Energie. Oh, jetzt hab ich auch keine Energie. Leck mich doch. Ach so, ich hab meine Schiffe verloren. Die Shogun sticht den Segen. Hast du Schiffe da? Ja. Aber müsste unsere Tante nicht eigentlich auf uns Wasser können? Ach so. Das ist ne gute Frage. Wo ist sie denn? Da. Sie unterschätzen meine Macht. Unser Verbündeter wird angegriffen. Oh, oh, oh. Gut, meine Kaserne hat jetzt auch verloren. Läuft. Gut gebaut. Hä? Das Kaisers Schlagschiff. Setzen Kurs. Ich hab schon alles gesehen. Zum Horizont. Wir dürfen sie nicht unterschätzen. Oh, und das oben soll man ja gleich zerstören. Ich hab schon alles gesehen. So, ich glaub, ich repariere lieber meine Türme ja alle. Oh, okay. Okay. Ja, meine, äh, keine Türme mehr. Unser Verbündeter wird angegriffen. Psiwelle, hm? Ne, Rano-Schwarm, okay. Habe ich da Luft? Oh, der Ene-Luftturm ist hier fast kaputt. Jetzt kommen wieder bis ganz ein Hecken. Mal, wer schieb unserer Flagge knien. Der Tag des Shoguns ist geklärt. Eine Einheit wird angegriffen. Vorbereitung ist der Schlüssel. Ich hab meine ganz nah, ähm, am Wasser, dass ich darüber flutschen kann. Wird gebaut. Unser Stiftpunkt wird angegriffen. Repariert. Unser Wasserscan läuft. Weil, mich würde mal interessieren, weil wir haben ja hier noch ein Bordturm, weißt du, den wollte ich eigentlich gerne einnehmen. Tja. Du hast ja auch noch einen. Ja, ich hab auch die Kaserne nicht mehr. Der Stiftpunkt ist gekommen. Du hattest nicht, Alter. Alles ruhig. Wir werden mich nicht mal sehen. Ein Sammler wird angegriffen. Jetzt greifen die meine Sammler auch noch an. Da ist schon wieder... Flugzeugträger. Das ist schon wieder ein... Flugzeugträger. Flugzeugträger. Noch eine Minute. Wir bleiben unter See-Patrouille. Verstanden, Zentrale? Schlebe, wo wir uns sehen. Oh, 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 oh. Meine ist tot. Zentrale, schön, dass Sie sich melden. Das Kaiserschlachtschiff. Jetzt bin ja mal spannend. Deswegen? Oh, bei mir ist ein Kraftwerk kaputt. Eine Einheit wird angegriffen. Noch 30 Sekunden. Äh. Zeitliche Einheiten entdeckt. Vernichtet Sie. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir bleiben hier. Flugzeugträger, Alter. Das ist weg. Wie geplant. Untersee-Patrouille. Aber die machen auch nicht. Heftigen Damage. Na, der warte auch, äh, ein Stern. Ja, äh, ja. Eine Einheit wird angegriffen. Aber trotzdem machen die Damage. Aber das sind ja die Färden. Die Verstärkung ist da. Gute Arbeit. Unsere MBF und Nanokerne sind über die südlichen Kanäle eingetroffen. Unser Stützpunkt war der Mikrofon. Also, ein MBF, dass ich nicht mal auswählen kann. Die Alliierten haben einige Relaisstationen aktiviert, die unsere Kommunikation stören. Neue Bauoptionen. Neues Einsatzbeziel erhalten. Das ist jetzt im Wasser, willst du mich verarschen? Ja, der brot sich im Wasser auf. Was ist ein Raffinerie-Kern? Na, wat wohl? Hab ich hier noch ne Raffinerie-Kern? Da unten ist noch wat. Mit da oben ist auch noch wat. Zielpunkt erfasst. Dojo-Kern. Dojo-Kern ist hier. Tja. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Feindliche Einheiten entdeckt. Was ist denn? Luftabwehr. Der Mechatengo. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der was? Mechatengo. Mechatengo. Hm, der ist Flugabwehr. Oh, du kriegst Besuch. Da ist schon wieder unten vor dem Flugzeugträger da oben. So, und gleich mal den Boot rum. Wieso baust du dich denn jetzt nicht auf? Unser Verbündeter wird angegriffen. Raffinerie-Kern, da. Raffinerie-Kern, bereit. Raffinerie-Kern. Uhu. Hupole. Da können wir eben nicht überbringen. Bau abgeschlossen. Ah, du machst gleich wieder Action? Ja, die Millionen auf den Sack. Sie gehen ihm auf den Sack, Sack, Sack. Wo ist mein Reform? Sag jetzt nicht. Ach doch, da. So, jetzt kann ich in Ruhe bauen. Wenn die nicht gleich wieder einen Hafen errichten. Ich habe keine Mütten. Du hast auch den Boot rum noch nicht eingenommen. Ich weiß. Ich habe auch keine Mütten. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. So, jetzt habe ich schon mal zehn Flugabwehreinheiten. Die Nanoschwarm unterbricht vorübergehend den Countdown dieser Relaisstationen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Kampfsteuerung endet. Wir haben nur noch zwölf Minuten? Ja. Oh, Chronosphäre war hier. Scheiße. Die machen bei mir ziemlich Action. Ich glaube, ich verliere gleich meine Werft. Unsere Langstreckenscanner haben eine sowjetische Streitmacht geortet. Ernsthaft? Hat Ihnen mein Auftritt gefallen? Warten Sie, bis Sie den Abgang sehen. Ihren Abgang. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ist das von Bedeutung? Jo. Wird gebaut. Also meine Luftabwehr ist so gut wie kaputt. Meine Luftabwehr ist kaputt. Wollen Sie nicht hier rüber kommen? Testen Sie doch Ihre Kräfte gegen mich. Kraft habe ich reichlich. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Repariert. Sie müssen so schnell wie möglich die schweren sowjetischen Artillerieschiffe versenken. Ich habe nicht mal Wasser. Wasserfahrzeug. Neues Bonusziel erhalten. Die Sowjets müssen eliminiert werden. Repariert. Einheit verloren. Leute, wir sind hier Einheit. Ja, bei mir auch. Schlachtschiffe. Die stehen hier bei mir. Die können sich nicht bewegen. Hä? Ein kluger Kurs. Ins Meer. Da kann er sich... der kann nichts machen, weil dort die Teile im Weg sind. Die Zeit ist reif. Eine Einheit wird angegriffen. Die machen die immer wieder klein. Die Shogun sticht in See. Da, jetzt. Der Kurs ist klar. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ihr Untergang ist nahe. Alter, die machen gerade alles platt bei mir. Weil ich keinen Strom habe. Ich versuche zu kommen. Ich habe zwar jetzt einen Turm, aber ich habe keine Energie. Ich habe noch einen Sub-Zeiger. Letztes Geschweiger vor Ort. Der Kurs ist klar. Unser Verbündeter wird angegriffen. Der Tsunami erwacht. Eure Ablechen sind rein. Der Tsunami erwacht. Eure Ablechen sind rein. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. was kommt denn da auch bomber lol hätte ja oben eine ganze geldeinnahme kaputt diese scheiß flugzeuge du kriegst noch mehr besuch was kommt da denn ich habe faser aber die haben mich doch diesmal gar nicht mehr an angegriffen als dich oder weiß ich nicht ich glaube nicht dafür habe ich mich auf den weiten weg aus russland gemacht na gut kämpfen sie wenigstens von den kasernens kaputt ich wollte gerade fragen gibt es denn dann gibt es nicht von den kasern dingern wenigstens ich weiß nicht was du meinst gibt es da nicht luftabwehr kacke ich wüsste nicht was davon jetzt kommt der nächste ich gehe kaputt dabei vor allen dingen eine erzmine ist ausgebeutet bei mir fährt zurzeit gar keiner die mecht tango hast du gesagt ja ja aber muss ich die dann umformen oder packen die das direkt muss ich tun die verteidigen automatisch ja eine einheit wird angegriffen alter wollt ihr mich ja alle stressen so ich glaube wir machen das größten oder greift mich da so ein scheiß der fiel haben und macht mein fast mein bauch kaputt ich lacht mich ja kaputt habe ich habe gesehen endlich einheiten entdeckt wo sind hier meine flugabwehr abwehr drohnen bereit eine einheit wird angegriffen unser verbündeter wird angegriffen junger gesehen Also baue ich mal ganz viele Mächten, Tengu-Teile. Ich glaube, die sind ganz gut. Letztes Geschwader bereit. Einheit verloren. Wird gebaut. Ach, hier ist noch ein scheiß anderer Hafen. Gibt's doch ja nicht. So, Päuschen machen? Ja, können wir machen. Eine Einheit wird angegriffen. Dann bis zum nächsten Mal. Schau, schau. Bedankt euch. Tschüss.